In einer idealen Welt hätte Sabine Derflinge ihre neue Doku Eine von Nacht nie drehen müssen. Aber es ist so, dass im Laufe ihres Lebens jede achte Frau am Brustkrebs erkrankt. Und dass die Behandlung dieser Krankheit heute sehr anders aussieht als noch vor zehn Jahren. Zwei Patientinnen, unterschiedlich und doch auf gemeinsamen Wegen, folgt Derflinge in einem Film, der sich mit den beiden durch Graz bewegt und mit seiner Urführung wieder nach Graz zurückkehrt. Das habe ich noch nicht gemacht. Und da steht noch mit unvorhersehbaren, sich erst während des Eingriffs als notwendig erweisenden Änderungen oder Erweiterungen des geplanten Verfahrens sowie mit erforderlichen Neben- und Folgeeingriffen Ich bin einverstanden und da muss ich auch noch sagen, dass ich, dass ich damit nicht einverstanden bin. Also nur mit vorhersehbaren Sachen möchte ich einverstanden sein. Aber deswegen, ich habe es ja deswegen auch noch nicht unterschrieben. Man muss ja nicht mit allem einverstanden sein. Das ist ja schon erstmal wichtig. Ja, das ist wunderbar, weil es werden kommen, also es wird zur Premiere die gesamte Ärzteschaft kommen, das Schauspielhaus und die Straßenbahn. Und alle sind schon ganz aufgeregt. Und ich finde es toll, dass sich die da auch alle treffen. Und es sind, glaube ich, über 8 gleich gekommen und da jetzt auf diesen Kreise um die Protagonistinnen herum, die so verschiedenartig sind und da verschmelzen. Wenn die Protagonistinnen gewollt hätten, welchen weiß, wäre ich immer mitgegangen. Dann wäre noch einmal die Frage, was wir herzeigen davon. Woher mitgegangen wäre ich immer mitgegangen. Also ich meine, in dem Fall bei Brustkrebs ist es ja so, dass es eine Krankheit ist, an der man selbstverständlich sterben kann, aber nicht sterben muss. Und eine Krebsart ist, die besonders gut behandelbar ist. Daher ist natürlich das Thema Handelsbild, wenn die Zeit zu gehen oder die anderen Filme, die Sie angesprochen haben. Es geht um eine Krankheit, die lebensbedrohend ist und die man gleichzeitig überleben kann. Das ist natürlich eine ganz spezielle Herausforderung. Es gab quasi relativ, bis nach der Operation gab es nicht den Bezug, dass im Internet nichts. Dann habe ich ein ganz ein langes Gespräch gemacht, das ich auch aufgezeichnet habe, aber das jetzt nicht im Film ist, aber das ich an sich toll finde und hoffe, dass ich das Bonusmaterial auf die DVD gehen kann. Ich habe ein ganz ein langes Gespräch mit einem Onkologen, mit dem Dr. Mohlenfahrt vom LKH in Graz, das waren wir dreieinhalb Stunden, also da habe ich halt alle Fragen, die ich jemals stellen wollte, also jetzt aus medizinischer Sicht und aus forscher Sicht, natürlich vor allem, also am Motor, wo natürlich es gibt immer diese Fragen, warum kriegt man Krebs, also ist man selber schnitt oder ist das Haar-Shampoo oder so. Also da wollte ich einfach vieles wissen von all diesen Dingen. Und dann, praktisch bevor ich den Film geschnitten habe und in der Phase des Schnitzel, habe ich dann schon alles gelesen, was es halt dann jetzt in Literatur gibt von persönlich Betroffenen, die halt über ihre Krebskrankheit schreiben. Also da habe ich sicher 15 so Biografien gelesen und dann habe ich halt im Wissenschaftlichen Bericht gelesen. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, um einfach zu spüren, also wo steht jetzt im Verhältnis mein Film zu dem, was im Moment andere leider an Erfahrungen haben und was man halt als Wissenschaftlern weiß. Aber der Film ist ja kein medizinischer Film, das ist der Pharma-Porträt. Der Film beschreibt zwei tollen Frauen an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben, wo man halt ganz beim Titel noch eine von acht mit der Diagnose Brustkrebs, konfrontiert sein. Und dann sieht man einfach, was diese zwei Frauen entscheiden zu tun, in dem Moment, oder wie sie das absolvieren, oder wie sie diesen Lebensabschnitt nehmen. Und dann sehe ich die paar Jahre an, wie sie das aus den letzten Jahren gibt. Und dann sieht man einfach, was sie den Tisch gespricht, weil es das über die ganze Welt voir, was sie das machen, wo man haltet den Tisch안en für zum Jahrhundern kann. Und dann sehe ich das, was sie das, was sie das ist. Und dann sehen euch das, was sie das. Und dann sagen ich das, was sie das, was sie das mal reinigen. Und dann sehen dich nicht so. Vielen Dank.